Guten Abend meine Damen und Herren, willkommen in den Valentiburg Filmstudios. Schön Sie zu sehen und falls Sie noch nicht wissen, wir drehen heute Abend einen Film, einen richtig guten Film und deswegen, aber wie schaut's denn hier aus? Katastrophe, wo ist das Putzpersonal? Putzpersonal! Ja, mach mal sauber hier, auf geht's. Meine Güte, ich komm hier hin, einen Saustall, will einen Film machen, also auf geht's. Aber wie ich schon gesagt habe, lasst Sie sich nicht viel mehr ablenken, kein Problem. Wir drehen heute Abend einen Film, einen richtig guten Film und was braucht man für einen Film? Schauspieler, wo sind meine Schauspieler? Ihr faulen Leute, Mensch! Ja, wo ist der Rest? Hallo, Pam! Ja, schön Sie zu sehen! Hallo, hallo, hallo! Wo ist der Rest? Hallo, Knappe, Löwe, Maske, alles! Hör auf ihr! Meine Güte, die Schauspieler von heute, ey! Leute, wir wollen einen Film drehen, kommt schon, was ist groß? Die Oma! Die Oma! Die Oma auch! Die Oma, die Oma nicht mehr. Also Leute, habt ihr jetzt endlich, sagen wir alle, kurzen, halbzimmer, endlich sauber machen hier, meine Güte, ey! So, ihr wisst, was ihr machen müsst? Hallo, ich rede mit euch! Ja! Ihr kriegt hier überhaupt euer Kaffee, verdammt! Also, wisst ihr, was ihr machen müsst? Ja, ruhig, Mensch! Nix, ruhig, auf geht's, auf geht's, ich will jetzt Action! Ich komm mal, komm mal, ja, naja gucken! Aye, aye! Ist es der Rest-Off? Ja. RUN! 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 Sieh, nein, nein, nein! Das ist Szene 4, Klappe 5 Uhr. Hey Pam, ich habe keine Zigaretten mehr. Dann hol sie dir doch. Oh ja, voll die gute Idee. Volle Genie. Tschüss. Ich gehe Zigaretten holen. Tschüss. Tschüss Beng, ich liebe dich. Ciao. Ciao. Bobby, mein Mann ist endlich weg. Jetzt kannst du kommen. Bobby. Warum hast du mich angerufen? Warum hast du mich angerufen? Ja, komm zu mir. Ich bin so glücklich. Ja, warte mal. Stell dir mal in Ruhe. Ich habe dir mich gebraucht auf Jamaika. Mach dir warm. Ich bin noch glücklicher. Ja, ich bin zu dir hin. Die Regenbohren, komm her. Ich habe keinen Brot auf dich mehr. Hast du abgenommen? Oder? Nein. Ich wiege wie eine Wolke. Ach du Jesus. Oh nee. Meine Frau und mein Bruder zusammen. Das geht gar nicht. Das muss ich euch töten. Oh nein, was hab ich gemacht? Ich hab meine Frau und meinen Bruder getötet. So kann ich nicht weiterleben. Das war eine Katastrophe, du geh weg, ich hab keine Zeit für dich. Es war Katastrophe, das war total müde. Da war keine Action-Action, nichts denn, gar nicht. Ich brauch mehr Action, nicht so eine langweilige, mehr Action. Ich muss ein bisschen Tolle zahlen. Da stehst du mich, da stehst du mich, mehr Action, Mann. Aber ein bisschen Tolle, mein Mann. Kannst du jetzt mal endlich hier sauber machen? Du sollst sauber machen. Meine Güte, das war Action. Was ist das? Ja, was ist das? Stopp ins Moor, 10 in 5. Wow. 5! Ich hab keine Zügerin, Zehn, Steven! Jaa! 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 Bobby! Du kannst endlich kommen! Jaa! 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 Danke! Danke! So die Endeffekte vorgehen! Was? Wow! Nein! Was ist da? Meine Frau Und meinen Bruder Und mein Bruder Ja! Ich werde euch töten! Und mich auch Jaa! Was ist schon mit dem? Es war eine Katastrophe. Es war keine Emotionen. Ich hab gesagt, ich hab keine Zeit für dich machen. Es war null. Emotionen drin, gar nichts. Dann muss mehr Erotik rein. Das war ja stauntrocken, man. Erotik. So, wir haben ein bisschen sexy. Hallo, wo sind eure Gefühle hin? Auf geht's futsch. Dann kannst du jetzt endlich mal sauber machen. Verdammt. Auf geht's. So, Action. Jetzt kannst du hier mal sauber machen. Ja. 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 Klappe 4. Scene 500. Was ist denn los? Ich hab keine Zigaretten mehr! Dann hol dir doch welche! Oh ja! Ich bin mal wieder da! Ich liebe dich! Tschüss! Tschau! Bobby! Mein Mann ist endlich weg! Du kannst! Komme! Jetzt ist es mehr sexy! Scheiße! Ich hab dir einen Liebballon Nein! Der rotige Späne ist gefahren! Danke, Schatz! Nimm den Ballon! Ein Weichen in der anderen Seite! Ein Weichen hier! Ein Weichen hier! Dann hier Flecken! Warte mal! Oh nein! Ah! 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 Oh nein! Ich trage dich... Moment! Ich trage dich um die Änden die Fregeborg! Meine Mutze! Guck nicht, was das Wunder steht. Victor! Hey, verschwinde! Nein! Meine Frau und mein Bruder! So kann ich nicht weiterleben! Ich muss euch töten! Reiki, geschütt! Und ich auch! Reiki, geschütt! Oh nein, was hab ich getan? So kann ich nicht weiterleben! Stopp! 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 Leute, was ist los? Kamera, mein Hut! Langsam! 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 Angräber! 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 So wie! So wie! So wie! So wie! Oh, der Putzfrau! Oh, der Putzfrau! Hallo, sind Sie zufrieden? Ja? Soviko? So, Sie bezahlen. Oh, nein. Sie haben keinen Geld. Sie haben keinen Geld. Sie haben keinen Geld. Sie haben keinen Geld. Oh, also eine Tür. Nein, ich nehme diesen. Sie bleiben hier. 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 Ichип让 es auf Ganzen. Ach so. Sie CHEERING. Was ist? Ich habe keine Zigarette! Dann hol sie dir doch! Wow! So clever! Ich hole mir Zigaretten! Tschau! Schau! 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 Ich liebe dich! Schau! 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 Bobby! You can't come! Schau! Aliowychamente! chen Geh dich zu dir! PAM! PAM! Ich habe dich etwas mitgebracht. PAM! PAM! Basketballball! Wow! Bei du lässte mal Bach ein bisschen schwer. Kannst du jetzt ein bisschen Sport machen? Und nur ganz im Start, ganz im Tag. Warte, möchte ich etwas trinken? Danke. PAM! 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 Und mein Bruder! Wir haben so können das nicht lassen! Ich muss euch flütteln! Ich hab noch nicht geschossen! Hey! Und nicht auf! Hey! Hey! Oh nein! So kann ich nicht weiterleben! Hey man! No! Hey! 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 Stopp! Jetzt! Stopp! Stopp! Nein! Stopp! Stopp! Ich hab keine Zeit für den Gepäck! Das war Katastrophe! Was? Man, ey, das war... Ich muss immer mehr Geld, hallo? Viel zu langsam! Ihr seid ja... Man, ey, ihr seid eingeschlafen auf der Bühne! Money, money, money! Was, Tiffany? Money, money, money! Ich filter das Ganze schneller und zwei jetzt sofort! Können wir da jetzt eigentlich mal sauber machen? Vorerst dann schon wieder die Puls und raus! Schnell! Schnell! Jetzt soll ich jetzt eigentlich schnell machen! Action! 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 Was geht hier? Katz, Katz, Katz! Oh, 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 oh! Hey, ihr war schon! Ihr war schon! Nein! Na, ja, 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 ja! Aw, oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Jaaa, ja, ja, ja! Yeah! Jaaa, ja, ja, ja! He! Hey! 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 Alles gut? Schau mal? Jaaa, ist ok. Die Leute sind begeistert, das war der perfekte Film, sag ich dir, der perfekte Film. Also, was ist los, mein Freund? Äh, die Kamera mal voll. Ich hab vergessen, die Kamera mit Firmen zu laden. Oh yeah! Und genau das war sie für euch, unsere Comedy Show!